Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Da vorne ist unser Baum. Hier ist so ein liegender Baum, da ist der hohle Baum. Man kann sich an den Bäumen orientieren. Das ist natürlich auch ein bisschen risikoreich, weil da gibt es ziemlich viele von. Aber ich denke, das sollte funktionieren. Hallo und willkommen zurück zu Aqualguero. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich kann es nicht lassen. Ich bin schon wieder zu Fuß hier im Redwood unterwegs. Aber heute mit gutem Grund. Ich war nämlich erst mit dem Flieger unterwegs. Bin hier mit Elektra durch die Bäume geflogen. Auf der Suche nach einem Tülakoleo. Wir haben ja noch kein Tülakoleo. Ich dachte, das wäre ziemlich cool, wenn wir so ein Kätzchen mit nach Hause bringen könnten. Aber ich habe keine einzige gesehen. Wisst ihr noch, wo ich innerhalb von wenigen Minuten zweimal aus dem Sattel gerissen wurde? Also teilweise gibt es ja eigentlich ziemlich viele, aber im Moment schalber nicht. Was es auf jeden Fall gibt, sind so Megaterien. Da gibt es ziemlich viele von, diese Riesenfaultiere. Da ist eins unterwegs. Das sitzt da gerade so. Und da unten ist auch ein richtig großes unterwegs. Ich denke, das nehmen wir auch mit nach Hause. Das ist ein 135er Männchen. Da kommt ein Kano, ne? Das ist jetzt... Oh, ein 140er Kano. Brauchen wir ein Kano? Ne, ne? Aber mit dem könnten wir ihn trotzdem. Sollen wir das machen? Das ist halt schon ziemlich cool, ne? Wir können den Kano schnell mal betäuben. Der sowieso gerade da ist. Bevor der da irgendeinen Unfug treibt. Und... Oh, oh. Der braucht bestimmt ein paar Darts, ne? Ich glaube, der kommt hier hoch. Elektra? Die... Er flieht. Bist du jetzt schon müde? Oh, der ist schon müde. Das ist ja super. Hier gibt es Mikroraptoren. Habe ich schon gesehen. Die sind so ein bisschen unentspannt. Da müssen wir aufpassen. Da war irgendwo letztens einer unterwegs. Das da vorne ist in die Morphodon. Da gibt es auch ziemlich viele von. Okay, dann können wir den jetzt theoretisch zähmen, ne? Das ist doch super. Und... Ich habe jetzt endlich mal das neue Genesis Season Pack mir geholt. Oh, oh. Was macht das? Wieso ist das Faultier jetzt so aufgebracht? Das stinkt. Das zieht irgendwie so eine Wolke mit sich rum. Oh. Warum? Man weiß es nicht. Ich denke, der Petri kam zu nah ran und das mag das nicht so gerne, ne? Die haben lieber ihre Ruhe, die Faultiere. Die sind so ein bisschen unentspannt. Genau. Ich habe mir endlich den Arc Season Pass geholt. Der ist dann gültig für die nächsten beiden Updates. Das erste soll ja schon im Dezember kommen. Das zweite dann Ende nächsten Jahres, glaube ich. Mal gucken, wann das dann wirklich kommt. Das ist ja noch so ein bisschen hin. Aber was es jetzt schon gibt, wenn ihr euch das holt, ist dieser Mini-HLNA-Skin. Und da habe ich ja schon so ein bisschen drüber gesprochen bei dem Preview-Video. Das ist scheinbar so ein, ja, so ein Begleiter, der von Helena praktisch, ich weiß nicht, das ist so ein Teil von Helena praktisch. Und Helena erzählt uns dann durch diesen Mini-Bot hier so ein bisschen was zur Geschichte von Arc Genesis. Das funktioniert jetzt natürlich noch nicht, aber wir können ihn jetzt schon equippen. Das ist kein normaler Skin. Der ist hier irgendwie als Skin markiert und funktioniert teilweise auch so. Wir können aber auch den Skin ohne alles andere in die Offhand packen. Und da ist er da. Jetzt haben wir so ein Highland-Aha-Mini-Bot dabei. Yeah. So einen coolen Begleiter. Und der reagiert so ein bisschen, wenn man irgendwelche Emotes macht. Zum Beispiel den winkt. Ui! Ui! Die sind super witzig. Also der kann, glaube ich, im Moment nichts außer auf Emotes reagieren und so mit einem rumfliegen. Und der reagiert wohl manchmal auch so ein bisschen auf unsere Umgebung. Das sehen wir ja dann. Mal schauen. Ähm, wo bist denn du? Ähm, Flo? Da ist er. Die sind super witzig. Nein, nein. Okay. Ja, cool. Jetzt haben wir den auf jeden Fall. Und dann schauen wir einfach mal, was der so macht. Ob der uns vielleicht doch schon irgendwas erzählt. Ob der vielleicht dann mit den nächsten Patches auch schon so die ersten Funktionen erhält. Die er ja dann in Ark Genesis auch zuhauf haben soll. Ob er da so ein bisschen mehr interessantere Sachen erzählt oder so. Man kann die, glaube ich, auch färben. Müssen wir mal gucken. Die Skins sind nicht handelbar. Also die kann man weder in eine Storage packen. Habe ich schon ausprobiert. Wenn ich den droppe, dann ist der weg. Und ich bekomme den auch erst wieder, wenn ich sterbe. Jetzt hat er irgendwas erzählt, aber das war zu leise. Ich habe es nicht verstanden. Also der kann schon einiges erzählen. Der hat schon so ein paar Funktionen. Wo liegt denn unser Kanu? Jetzt gehen wir mal runter und zähmen erst die ganzen Dinos hier. Bevor wir hier weiter rumprobieren mit dem kleinen HLNA hier. Den ich sowieso nie finde. Aber der irgendwo dabei ist, glaube ich. Da ist er wieder. Der kreist so um mich. Ich glaube, der hält sich eigentlich immer links von mir normalerweise. Ja, aber der haut dann wieder ab und ist plötzlich hinter mir. Oh, oh. Nicht so gut. Wir kriegen Besuch. Oh, 95er. Die, die mich angreifen, sind meistens dann die Guten. Das ist eine Schnecke. Schnecken haben wir ja schon, ne? Du bist eh noch nicht hungrig. Ich lasse ihn noch kurz liegen. Und wo ist denn das Faultier hin? Oh, das ist ein hohler Baum, glaube ich, ne? Und Bär. Du bist... 140er Bär. Das ist aber kein Eisbär, sondern das ist jetzt so ein Braunbär, ne? Das ist schon wieder ein Terrorbird. Der hat mich auch schon wieder gesehen, oder? Ne, der will irgendwas anderes. Lass mich. Geh weg. Ich sag's dir. Ähm. Jetzt willst du nur das Faultier wiederfinden. Von hier unten ist es gar nicht so einfach. Elektra geht's gut. Die sieht da oben eigentlich auch so ein bisschen mehr. Die könnte mir erzählen, wo das Faultier ist. Oh. Das ist so ein bisschen creepy, weil der nie neben mir bleibt, sondern sich immer bewegt. Und dann taucht er immer zu Momenten auf, wo man ihn nicht erwartet. Gucken wir mal in den Baum rein. Oh, ne. Pego Mustax. Das ist nicht cool. Lass mich bloß in Ruhe. Geh weg. Neunziger. Die sind schwer zu treffen. Oh, der Bär. Dann gehen wir mal hier außen rum. Gucken in den Baumstamm rein, was da so abgeht. Oh. Nicht so viel. Das ist schon mega cool hier im Redwood Forest. Das ist so ein schönes Biom. Wenn die nun nur die Pego Mustax nicht wären, ne? Und die ganzen anderen Viecher, die so fies sind. Okay, da ist es. Level 135. Den nehmen wir jetzt mit, oder? Da ist auch noch ein Dödi. Level 15. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Bist du... Bist du... Ah, der sucht gerade irgendwas. Du kommst jetzt mit. Okay. Wir haben keine Hitbox am Kopf, wie es aussieht. Das heißt, wir schießen irgendwo... Mitte. Okay. Ich hoffe, der kommt hier nicht hoch. Sieht aber nicht so aus. Okay. Ich glaube, hier sind wir sicher. Ja, guckst du. Ich bin hier oben. Wie viele brauchst du denn? Oh, der braucht ziemlich viele Darts, wie es aussieht. Der Kano war ja irgendwie ziemlich müde. Der ist ja sofort umgekippt. Also der HLNA ist nicht wirklich nützlich. Der hängt mir immer im Sichtfeld. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Oh, wo bist du denn hin? Bleib mal hier. Ich will dich jetzt nicht zu Fuß hier im Wald verfolgen. Hast du den Baum umgerannt? Da ist es. Das hat auch schon wieder diesen Effekt drauf. Bleib mal bei mir. Schlaf jetzt. Kommst du zurück? Aua. Nee, das sind Viecher. Der hat irgendwas gesagt da. HLNA. Willst du jetzt nicht... Willst du nicht schlafen? Oh, Mikroraptor. Wie? Das wird ja noch spannend hier. Was bist... Was sind das für Mikroraptoren? Wieso hält der so viel aus? Ähm, getroffen. Ich weiß nicht, wo der Mikroraptor hin ist. Ich weiß auch nicht, wo das Faultier ist. Oh, oh. Das ist vielleicht verplant. Wir sollten vielleicht irgendeinen Mount mitnehmen. Ansonsten ist das ein bisschen schwierig hier. Elektra. Oh, da ist er. Der steckt am Baum. Die sind dafür bekannt, festzustecken. Das ist ganz praktisch. Okay, der liegt hier am Baum. Wir müssen ihn da wieder hoch. Und Elektra holen. Dass wir hier wieder so ein bisschen mehr Durchblick haben. Da ist er. Der Truthahn. Die sehen so friedlich und harmlos aus. Aber die sind überhaupt nicht harmlos. Und friedlich sind die auch nicht. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Da vorne ist unser Baum. Hier ist so ein liegender Baum. Da ist der hohle Baum. Man kann sich an den Bäumen orientieren. Das ist natürlich auch ein bisschen risikoreich, weil da gibt es ziemlich viele von. Aber ich denke, das sollte funktionieren. Wo bist du? Elektra? Okay, Elektra sitzt da noch. Alles gut. Da ist ein Gigantopedicus unterwegs. Hier gibt es so viele interessante Tierchens. Level 20. Nicht ganz so interessant. Okay. Ich hole mal Elektra. Und wir können eigentlich direkt mal unseren Kano füttern. Oh. Was? Irgendwas mit Kill? Ich müsste wahrscheinlich die Sprache irgendwie lauter stellen. Ich verstehe die nicht so wirklich. Vor allem nicht während der Action, die hier immer ist. Okay. Da bist du. Gibt es da ein eigenes Setting für? Ich denke nicht, dass es ein eigenes Sprachsetting gibt. Audio? Voice, doch. Stellen wir das mal so ein bisschen hoch. Mal gucken, ob das funktioniert. Bis jetzt habe ich noch nicht viel verstanden. Da ist unser Kano. Bist du jetzt hungrig? Ich glaube, der ist jetzt hungrig. Dem geben wir Schafsfleisch. Das hole ich mal. Die Megaterien mögen auch ganz gerne Schafsfleisch. Man kann die auch mit Honig zum Beispiel zähmen. Das mögen die auch. Ich habe auch schon Honig im Bienennest gesehen. Aber das habe ich mir nicht mitgenommen. Oh, da ist irgendwas. Was greift dir das Trike ab? Irgendwas Kleines. War das ein übermütiger Kompi oder was? Man weiß es nicht. Oh, das ist wieder so einer. Kiko Mastax. Wir haben den Dimorphodon erwischt. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Besuch von seinen Kumpels. Sieht aber gut aus. Noch. Da vorne ist... Was ist das? Ist das ein Trudon? Das ist keine Lightning-Wövern. Ich glaube, das... Ja, das ist ein Trudon. Oh, ich hätte auch gern wieder Trudons. Aber die sind so ein bisschen schwer zu zähmen, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir das noch machen. So, wir brauchen Fleisch. Hier ist man so... Hier wird man so leicht abgelenkt. Nehmen wir mal so ein bisschen Schafsfleisch. Und... Und... Dann... Den Stein können wir wieder nehmen. Gehen wir dem Kano so ein bisschen was davon. Guten Hunger! Ja, der sieht schon hungrig aus. Bäm! Name your Kano Taurus! Du bist ein... Was bist du denn? Weibchen, ne? Ne, Männchen war das. Okay. 209. Wie nennen wir dich denn? Kano? Ähm... Oh! Da kommt Besuch! Wie wär's denn... Mit... Ich weiß nicht, ob wir den jetzt benennen sollten. Oh, er ist böse! Die... Oh, der ist nicht schlau, der Gigantopetikus. Das hätte ich an deiner Stelle gelassen. Das war keine gute Idee. Naja. Jetzt hat er vielleicht was dazu gelernt. Vielleicht auch nicht. Oh, den haben sie ziemlich zerpflückt. Dann nennen wir dich vielleicht einfach mal... Wie wär's mit Karl? Karl? Carlo ist auch nett, ne? Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Du weißt jetzt einfach Carlo. Okay, dann haben wir einen supercoolen Kano. Den... Wollen wir den erstmal hier stehen lassen? Ich glaub, du bleibst mal einen Moment hier stehen. Du kannst dich ja gut verteidigen. Du bist ein Level 209er Megakano. 2700 Hitpoints fast. Und wir gehen so lange das Faultier holen. Hoffentlich schläft es noch. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie lange die geschlafen haben. Aber ich glaube... Das sollte noch ziemlich müde sein. Irgendwo hier. Wo ist der Baum? Ähm... Da vorne müsste der Baum sein. Nix wie hin. Und... Da liegt es. Super gut. Wir hätten von Anfang an versuchen sollen, das an so einem Baum zu verbacken. Das ist immer gut mit den Faultieren. Das hat bestimmt auch schon Hunger. So. Ja, lass es dir schmecken. Und... Noch ein Männchen. Heute zählen wir mal ein paar Männchen zur Abwechslung. Da unten ist auch schon wieder was unterwegs. Ein Dillo. Der jagt so ein... So ein kleines... Ähm... Was jagst du da? Listo. Level 90? Level 90. Und ein Dodo. Den kannst du ja nicht entscheiden. Lass dir mal in Ruhe. Voll fies. Ich wünschte, alle Dinos hätten so eine gute Hitbox auf dem Kopf, wie die Dillos. Das ist schon ziemlich praktisch. Mal gucken, was es hier im See gibt. Ich habe noch keine Otter gesehen. Die vermisse ich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo ein Ottersee gibt. Wahrscheinlich im Snowbiome-Ven. So ein Otter wäre doch auch mega nice. Ich hätte gerne ein Otter. Das wäre super cool. Wo ist denn mein HLNA? Ah, das ist immer... Der ist immer genau in mir drin. So ganz verstehe ich den noch nicht. Ja, der bleibt eigentlich links neben mir, aber das funktioniert nur so manchmal. Du gehst ein bisschen komisch. Was machst denn du da? Das ist ja eher ein Tanzen. Mega. Okay. Sieht das nur in der Tech-Rüstung so komisch aus? Mega witzig. Okay, unser Faultier ist fertig. Das packen wir sofort hier in unseren Cryopod. Ich habe ja nur noch einen Cryopod, weil in dem anderen ist ja unser Fisch drin. Der muss jetzt permanent... Ich glaube, das hat sich beschwert, dass hier irgendwer Pupu gemacht hat. Oh, das waren wir. Tut mir leid. Aber das ist guter Dünger hier. Oh je. Also der kommentiert schon immer so ein bisschen, was wir hier machen. Das ist super witzig. Elektra sitzt da hinten. Okay. Da können wir eigentlich wieder abdampfen, ne? Vielleicht finden wir ja auch irgendwo noch so einen Thylakoleo. Der steht ja auch noch auf unserer Liste. Und die sind halt schwierig zu finden. Ich denke, ich bringe den jetzt erstmal nach Hause. Und dann holen wir uns noch den Kano, ne? Den können wir ja vielleicht tragen. Mal gucken. Können wir dich tragen? Du bist doch so ein kleiner... Jawoll. Super gut. Dann bringe ich die beiden nach Hause und dann gucken wir mal im Snowbiome, ob wir da irgendwo einen Otter finden. Ich will heute noch irgendwas Pelziges. Entweder eine Katze oder so ein Otter. Wow. Schaut euch das hier an. Das ist wunderschön, die Ecke. Und ich glaube, das ist einer der wenigen Otter-Spawns auf Valguero. Die sind ja scheinbar ziemlich selten. Ich habe da mal so ein bisschen nachgeforscht. Und ich habe rausgefunden, die gibt es hier. Die sind jetzt direkt nördlich von diesem Spinnennest. Oh, da ist ein Faultier runtergefallen. Und hier gibt es so zwei kleine, ja, Tümpel, die miteinander verbunden sind. Da drüben ist nämlich noch einer. Und da sitzt Elektra. Gucken, was die so macht. Da sitzt sie. Genau. Und hier ist eben auch so ein kleiner Tümpel und da ist auch so ein Wasserfall da drüben. Also die sehen ziemlich ähnlich aus. Ich denke mal, die ist da safe, oder? Wir können mal Elektra hier rüber holen, dass da doch irgendwas passiert. Wir können ja zum Glück fliegen. Und dann setzen wir die mal da unter die Brücke, dass da nichts auf den Kopf fällt. Ungefähr hier irgendwo. Und dann gucken wir mal nach Ottern. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ich habe ja gar keine Pike mehr dabei. Dieses ganze Low-Tech-Gear, das habe ich ja gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns da ein bisschen drum kümmern, dass wir irgendwas haben, womit wir die Fische auch fangen können. Und verfüttern können und so. Weil die Otter fressen ja super gerne Fisch. Dieser Helm. Den stellen wir erstmal wieder um. Ungefähr einmal noch. Jetzt haben wir ihn, glaube ich. Und dann brauchen wir noch so ein bisschen Holz. Da vorne ist ein Baum, aber der ist zu groß. Ich glaube, Elektra schießt mich an die Decke. Ich glaube, das Ding da können wir verwenden. Nehmen wir mal die Kettensäge raus. Und nehmen den hier einfach mit. Oh, das war ein bisschen viel. Wir brauchen noch ein bisschen von dem Ding. So. Dann können wir uns ein paar Speere bauen für die Fische. Spier und so. Brauchen wir uns mal fünf vielleicht. Die gehen ja immer so leicht kaputt. Eine Pike haben wir, wie gesagt, nicht. Dann gucken wir mal. Hier unten gibt es ganz viele Fische. Das habe ich schon gesehen. Aber ich habe hier keinen Otter gesehen. Deswegen gehen wir mal zum anderen Tümpel rüber. Und gucken, was da so abgeht. Hm. Die sind ein bisschen schwer zu finden. Im Snowbio habe ich keine gesehen. Also ich habe jetzt schon Weichen gesucht. Ich glaube, dass es die dann vermutlich nur hier gibt, wenn die Informationen stimmen. Ich hoffe es. Ich brauche unbedingt einen Otter. Für Snowbio hier wäre das schon nice, wenn wir einen Otter hätten. Da wächst so Gras. Seegras. Jetzt ist da noch das Faultier unterwegs. Da müssen wir so ein bisschen aufpassen. 25er. Und gibt es hier irgendwie Fischis oder sonst irgendwas? Hier sind nur Kalimimus unterwegs irgendwie. Aus irgendeinem Grund. Da ist ein Otter. Ein Otter. Was ist das für ein Level? Otter. Ähm. Otter. Level 20. Egal. Bei Ottern muss man nehmen, was man kriegt. Die sind super selten. Level 20. Kalimimus. Wo ist denn der Otter hin? Da ist der Otter. Oh, ein Otter. Hallo Otter. Die. Der schwimmt jetzt durch die Gegend. Ich glaube, der hat Hunger. Wir müssen dem was zu essen holen. Ist das... Das ist ein Weibchen, ne? Oh, faul Tier. Okay. Dann gehen wir rüber zum anderen Tümpel. Holen da einen Fisch. Hier gibt es auch einen Fisch. Am besten wäre es natürlich, wenn wir einen großen hätten. Dann bräuchten wir nicht so viele. Aber ich denke, wir nehmen mal den, den wir hier haben. Ähm. Ungefähr so. Dann haben wir heute schon richtig viele Dinos wieder gesammelt. Aber so ein Otter ist echt mega. Du kommst jetzt mit. Der will abhauen. Ich hab ihn. Okay. Den bringen wir jetzt zum Otter. Wenn wir den finden. Der ist da drüben. Das ist nur ein Otter hier in den beiden Tümpeln. Das ist nicht viel. Und das ist auch nur ein Fisch in dem Tümpel hier. Hab's. Yes. Wir haben ihn. Das ist der Vorteil, wenn man so Mini-Otter findet. Die gehen natürlich auch leicht zu zähmen. Sweet. Komm mal mit. Wir haben den Otter. Super cool. Das war jetzt doch gar nicht so schwer eigentlich. Und das ist echt schön hier. Also wenn man nicht weiß, dass es ungefähr 10 Meter weiter die nächste Höhle ist und dass da so eine Riesenspinne drin wohnt, dann ist das hier echt wunderschön. Ich weiß nicht, ob man hier eine Base bauen kann. Eigentlich schon, ne? Das Wasser ist hier ziemlich flach. Man könnte da ja Foundations reinlegen. Dann würde das schon funktionieren, oder? Man hätte da Wasser. Man hätte da drüben Wasser. Würde also auf jeden Fall genug zu trinken haben. Das ist schon ziemlich nett hier. Super coole Stelle. Okay. Ja, wir haben jetzt so einen super coolen Otter. Der... Ja, die funktionieren so ein bisschen wie ein Schal, ne? Der wärmt uns jetzt. Wir haben jetzt auch diesen Otter-Wärmbarf, glaube ich. Ähm... Wir haben 513. Und 400. Wenn wir den wegwerfen, dann haben wir... Viel weniger! Die sind mega gut! Der gibt uns 100 Hyperthermal Installation, ne? Und ein bisschen wenig Hyperthermal, glaube ich. Oder? Sind wir da... Komm mal hin. 400 oder 500? 400. Der gibt uns nicht ganz so viel. Super cool! Also der ist ziemlich gut gegen Kälte. Nice! Okay. Ja, und das ist halt mega praktisch. Das ist viel besser als so ein Schal oder so, ne? So ein Schal sieht nicht so hübsch aus. Der ist nicht so süß. Und der wärmt auch nicht so gut. Der hat ja keine so hohe Körpertemperatur. Ja, und wenn's uns zu warm ist, dann schmeißen wir den einfach weg und dann kann er neben uns herlaufen. Und dann passt das auch wieder. Die sind ultra süß, die Otter. Multifunktionsschals sind das. Der kann ja auch noch Fische fangen und sowas. Also ein Otter müsst ihr euch unbedingt holen. Wie? Okay, dann nehmen wir den wieder mit. Und dann fliegen wir erstmal wieder zurück, denke ich. Es wird wahrscheinlich langsam schon wieder Nacht. Ist schon ziemlich spät. Langsam sind wir nur wieder unterwegs. Ist erst 15 Uhr. Wir haben ja noch Zeit. Super cool. Vielleicht können wir noch ein paar Dinos suchen. Ich denke, die Episode wird dann schon wieder zu lang. Wir brauchen immer noch ein Tidakoleo. Da hab ich immer noch keinen gefunden. Aber wir haben auf jeden Fall schon wieder einen Riesenhaufen neuer Dinos. Erfolgreich waren wir definitiv. Und ich würd hier echt gern wohnen. Das gefällt mir so gut hier im Redwood. Ist halt mega unentspannt mit den ganzen Pego Mustax. Aber das ist schon richtig schön hier. Wir haben jetzt so einen HLNA-Begleitpad. Der auch immer so ein bisschen mit mir redet. Manchmal. Nicht wirklich nützlich. Aber zumindest witzig. Juhi. Aber der hat mir die Zunge rausgestreckt. Okay, also wir können auf jeden Fall ziemlich coole... Ziemlich viele Emotes. Ich glaub, die meisten Emotes sind irgendwie belegt. Und manchmal erzählt er irgendwelche Geschichten. Mehr kriegt man im Moment noch nicht, wenn man sich... Oh oh. Jetzt gibt's Stress. Mach den mal weg. So. Und hier unsere Ruhe. Oh. Alles gut. Elektra hatte Hunger. Mir gibt's im Moment noch nicht, wenn ihr euch diesen Season Pass holt. Aber für alle, die Arc Genesis spielen wollen, ist der sowieso Pflicht. Das heißt, wir können uns den auf jeden Fall schon mal holen. Und kleiner Geheimtipp. Auf G2A gibt's den inzwischen schon für um die 13 Euro. Das ist eigentlich ein ganz guter Preis. Der ist ja sonst deutlich teurer. Und mit den entsprechenden Gebühren hier für Deutschland kostet der ungefähr 13 Euro. Also super günstig. Da könnt ihr euch den auf jeden Fall mal holen. Link in der Videobeschreibung. Wie immer. Wenn ihr euch mit G2A noch nicht so gut auskennt, schaut am besten mal in mein Video zu G2A rein. G2A ist eine Marktplattform ähnlich wie Ebay. Also achtet auf jeden Fall drauf, dass ihr bei einem Händler kauft, der vertrauenswürdig ist. Okidoki. Dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Wir haben drei neue Dinos und ein neues Pad. Und wir haben so einen mega coolen Otter. Den habe ich total vermisst. Die gibt es, glaube ich, auf Extinction gar nicht. Da habe ich den, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich muss mal gucken, ob es die vielleicht irgendwo im Snowbiome auch gibt. Aber hier ist es definitiv entspannter als in Extinction im Snowbiome, denke ich. Also so schlimm ist es hier dann doch wieder nicht. Okidoki. Das war es für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Aqualguero. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020